Ich habe eine sehr gute Nachricht. Vorher war es ja so, dass wenn der Körper im Stress war, dass der freie Geist in den Körper rein musste, um den Körper Not zu versorgen. Seit heute ist die Energie da, wo dann der Körper umswitchen kann, dass nicht mehr der freie Geist in den Körper reingeht und dadurch verständlicherweise kein freier Geist da ist, der Körper dann auch zwar entlastet wird, aber das ganze System sehr traurig wird. Und seit heute Morgen habe ich die Energie bekommen, dass wir da umswitchen können, dass die Matrix sich verändert indem das statt der Geist in den Körper reingeht, die Astralwirbelsäule und Becker sich dann verstärkt, bis der Körper sich wieder beräugt und der Geist bleibt frei. Und das heißt, wir haben kontinuierlich einen freien Geist und der Körper wird sehr gut versorgt. Also diese neue Matrix kann und darf ich euch jetzt weitergeben.